genau so weiter geht es hier runter die vögel wegscheuchen hier so ähnlich ist fertig wenn ich mich richtig erinnere es ist fertig genau der bad ist auch fertig jawohl wie sieht es eigentlich aus wir haben beide das erste date okay tarik ist auch fertig richtig 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 okay jetzt kriegen wir unser buch weg mit den insekten hier keine nature jesus christ aber wir können das candy case jetzt fertig machen glaube ich wir müssten jetzt alle sauerpucks haben gleich ja 91 wenn ich die weg nehme 92 93 94 95 96 97 98 99 ja haben wir wir haben es fertig okay können wir nämlich jetzt auch das noch an pflanzen wieder lilith ist glaube ich auch fertig ihres ist wenn ich mich richtig erinnere auch fertig tobi ist noch nicht fertig weil uns da das auch natürlich der natural ribbon fehlt für den glowing stone maximilian ist noch nicht fertig weil uns wet goliath fehlt und ein golden fließ genau ob sie hingegen ist fertig jawohl jawohl und dark müsste fertig sein yes nee wow ok dark fehlt uns fehlt uns was ok ich glaube ich habe da ich glaube wir haben das das schon mal besorgt irgendwann ich habe die ganze zeit das vergessen dann zu machen nice äh das ist tetra und peach ja uns fehlen die rezepte uns fehlen auch noch ein paar rezepte das kommt noch dazu aber die sind eher mehr zweitrangig für uns ok dann geht es weiter mit floating petals ähm floating petals blumen versuchen blumen zu finden um blumen zu züchten und ja natural ribbon ist halt black based i guess kann ich jetzt nicht beeinflussen jesus warum leckt das hier so komisch turn to town ich werde bei der wir die bücherei folge auch nur so lang machen bis wir alle bücher durch haben die texte sind ja nicht allzu lang bei einigen aber es ist es ist schon ein bisschen was am text jetzt nicht übertrieben viel aber es ist schon ein bisschen was am text ich finde es schön dass wir den goldenen kriegen nicht den roten ich bin ein little wood ich bin ein idiot stimmt die mine kann man auch noch hoch machen true wir gehen jetzt weiter auf blumensuche und da sehe ich schon wir haben schon eine blume in der nähe die yellow ducap da hinten die brauchen wir nämlich da fehlt uns noch eine ok sonst ist hier nichts weiter uns finden immer noch zwei floating petals damit wir die die uh river crystal damit wir die werkstatt sachen machen können ja river crystal brauchen wir auch noch true das war jetzt gerade mehr glück als verstand ich mit dem baum schade wir bauen die white zig zag ne mhm hier ist nichts weiter schade ich will jetzt nicht ich will jetzt ungern nochmal einen baum bauen alles für den zweig cool jetzt ist der pond das ist eine white lollipop jetzt ist da nichts weiter die fische sind zu weit auseinander sonst ist hier nichts ok nehmen wir jetzt noch den baum mit ok meist nur noch eine blume bei vielen wie gesagt ich glaube wenn die biene da gewesen wäre wäre das ein bisschen schnell lang gegangen aber wir sind natürlich unlucky wie es sich gehört dark has a gift for me nachdem ich das endlich mal gemacht habe ja ja i'm sorry ok wir brauchen noch die legendäre zig zag wir können nochmal ein paar bluetooths ansetzen hier oh bitte sagt mir seid blaue weiz 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 schade schade haben wir die masse berat ähm ok auch wenn ich trakt lalium oder wie das gerade hieß nicht wirklich brauche aber man kann es trotzdem mal mitnehmen man kann es ja trotzdem mal mitnehmen ja golden planks brauchen wir jetzt und golden bricks oder perfect bricks heißt das ja mit mel könnten wir auch schon flirten ich weiß gar nicht wieviel eurekalkum wir haben müssen wir gleich mal nachgucken es kann sein dass wir bald ein exkurs in die mine machen müssen ich glaube wir müssen sowieso in die mine weil wir da auch noch zeug brauchen ok das nächste müsste das date sein dann ich merke gerade wir sind fast wieder im herbst ok ja wir brauchen definitiv eurekalkum ok wup geld immerhin immerhin kriegen wir geld ah nice der zweite baum ist eigentlich gewachsen ähm nice sehr ups sehr schön also ich muss ja noch weiter dinge verkaufen da war ja was popular da kann jetzt ruhig erstmal wachsen wir an dem bedienen wir uns dann wenn es dann soweit ist interessant aussieht dass wir auch bloß 3 3 Tiere von allen haben dürfen ne ja finde ich auch interessant wo ist denn jetzt eigentlich stark hier oh oh ii my home is perfect for your reward i bestow you with a golden tool warum hast du die goldene spitzhacke und warum wundert es mich überhaupt crunchy fillets fillets genau ok also ein golden woots reicht es definitiv apropos wir brauchen noch den goldenen baumstamm ne hm ich weiß noch irgendwas scheiße ich hab das vergessen ah jetzt weiß ich wieder ich weiß in die Werkstatt hm hm Floating Paddle Feeds Batman River Crystal Feeds Batman und Seastars und außerdem der Fisch Feeds Batman wir könnten Littlewood bald nochmal erweitern wenn wir wenn wir es wollen gehen sehe ich jetzt aber keinen Grund zu ich meine wir haben genug Platz sehe keinen Grund jetzt die Stadt nochmal zu verbessern ok wir können bald auf das erste Gate auf das erste Date gehen mit dem Baden mein Gott alter reden ist gerade mehr als belastend jesus De Luca da ist der Jester der mir erstmal Revival Knight gibt ok Wir können ruhig hier hingehen, I guess. Zu the Dark Sea. Was wir noch Littlewood spielen? Boah, ich werde mir sehen, I guess. Ups. Ich lasse ein Glücksrad entscheiden. Dadurch, dass ich jetzt die Capture Card zum Laufen bekommen habe. Kann es gut sein, dass wir auch ein Harvest Moon spielen werden. Wenn das auf der Wii zur Verfügung stand oder so. Werden wir sehen. Wir werden sehen. Grand Library. Das wird dann spontan entschieden. So. Also was heißt spontan? Ich lasse ein Glücksrad einfach laufen und nehme dann, dass einfach was mir entgegenkommt. Schön, wie viel Gasfingers wir kriegen, ne? Ups. Falsch teleportiert. Fühlt sich gut an, ne? Hätte mir die mal eher gekriegt. Mhm. Ich bin nicht sauer, oder so. Nee, nee. Nee, nee. Nur Matt. Okay, nächster Versuch, die Blumen zu kriegen. Ich meine, wir haben verdammt viel Energie. Schade. Wir brauchen ja, nee, wir brauchen den Wugelfisch nicht mehr. Dann war meins. Dann alles okay. Ist alles okay. Trowards. Nochmal Gemfisch. Okay. Mal können wir verkaufen. Das ist eine weiße Zickzack. Damit haben wir die weißen Zickzacks fertig. Nice. Cool. Nur noch Red Lollipops und gelbe Ducaps. Dann haben wir alle. Holy shit, Alter. Wie das aussieht. Vor allem die Weitverbesserung, ne? Das ist eigentlich auch mega gut. Die Gebiete werden doppelt zu groß. Wir kriegen keine Trowards. Weil, warum auch? Wir gehen raus und besogen uns Auricalkum. Die Gebiete werden doppelt zu groß. Das ist eigentlich schon mehr als genug, ne? Also, da haben wir schon einen Win. Und ich würde gerne, ich hätte gerne, dass diese Arschlöche hier stehen bleiben. Ich würde definitiv die Mine als nächstes wahrscheinlich hochleveln, weil das geht wie auf den Keksi langzulaufen. Den Cave-Rot brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Kommt bestimmt noch. Jetzt ist das Legendary auch mal nicht mit. Brauchen wir jetzt nicht. Ah ja, wir könnten einen Stein mitnehmen. Weil, äh, können wir den Cobblestone-Pairf weitermachen. Warum nicht? Aber erstmal gucken wir nach Auricalkum. Hier ist kein Auricalkum. Okay, dann nehmen wir Stein mit. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, die goldene Spitzehacker macht dasselbe wie die goldene Axt. Und es ist eigentlich jetzt richtig dumm, dass ich hier nachgucke. Genau. Geh bitte, bleib bitte. Nein, geh weg. Ich bin nicht da. Hey, zwei Blumen noch. Nein, drei Blumen insgesamt noch. Aber egal. Wir kommen hin. Nice. Fishing 91. Nice. Äh, Bugsworm. Nicht so nice. Baum, Bugsworm. Und das ist, das war's. Okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein bisschen disappointed bin. Aber ich bin schon ein bisschen disappointed. Ja, wir haben die Rare Zigzag fertig. Jesus. Na komm. Separat gießen. Und. So. Stimmt, wir können das ja herstellen. Oh mein Gott, ich bin dumm. Ich hab den Candy Case noch nicht platziert. Oh no. 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 Oh. 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 Ja, ja, Laura ist okay. Ich laufe mich nicht zu. Die... Die Soul-Ribbon. Why? Why die Soul? Ich rauch die Nature. Ah, mein Herz. Es blutet. Mein Gelände. Ah, stimmt. Bis zum nächsten Monat. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah, fuck. Oh, hey, Golden Fleece. Das heißt, wir können den... Dings platzieren. Okay. Dennoch blutet mein Herz. Hm. Geil. Ich kann jemand ein Kompliment machen. Es wird... Ich glaube, ich fange an Lilith zu daten. Es würde mich interessieren, was da rauskommt. Das kann weg. 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 Hi, Lilith. Hier, ein Kompliment. Bitteschön. Du bist wunderschön. Überhaupt nicht angsteinflößend. Du bist angsteinflößend wunderschön. Mann. Bin ich smooth. Warum kriege ich eigentlich hier keine Informationen mehr? Achso. Weil es voll ist. Hm. Das erklärt's. Es fehlen nur noch die Hangout-Bonuses. Okay. Es wird. Oh boy. Okay. Was ist das? Ist das Firecraft zweimal? Oder ist das... Nee, Firecraft zweimal ist das nicht. Das hat... Nee, oder? Ich erkenne es nicht. Okay, wir können es ausprobieren. Okay, das hat man schon. Dann ist es das hier. Lass mich raten. Einfach jetzt aus Curiosity. Lass mich raten. Das funktioniert. Lass mich raten. Das funktioniert auch. Lass mich raten. Das funktioniert auch. Gut. Schön, dass... Schön, dass wir darüber gesprochen haben. I guess. Oh boy. Okay. Erstmal das... Das Kartencase hin platzieren. Oh, hi Maximilian. Nein. Das... Das ist unlucky, dass ähm... Dass das River Crystal kostet. Aber... Was soll's. Da müssen wir jetzt durch. Ist die dann fertig? Ich glaube schon, ne? Das müsste das letzte... Das müsste das letzte Film mal sein. Warum auch immer sie in Candy Case möchte. Ja, das ist das letzte Film mal. Okay. Ich glaube jetzt habe ich bloß noch... Zahner, Tobi... Und Maximilian übrig. Okay. Okay.